Ja, ich denke, es hat sich das Frühjahr heute wieder gespiegelt. Wir spielen nicht gut im Zweikampf, wir spielen nicht gut mit dem Ball, wir spielen nicht gut gegen den Ball. Frustrierend. Ja, in der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht am Platz. Da hat er einige Chancen gehabt. Ich denke, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht und man muss sagen, dass das rät vielleicht den Spur aggressiver war heute und somit geht das Sieg in Ordnung. Ich weiß nicht. Im Herbst haben wir vielleicht das Quäntchen Glück gehabt und jetzt fehlt es uns etwa.